In verschiedenen Religionen und Kulten gibt es Konzeptionen zur Erschaffung der Welt aus dem Nichts oder aus dem Chaos. In Mythen über die Entstehung der Welt, des Universums oder des Ursprungs des Menschen steht stets eine eigenständige Macht, ein Gott als Ausgangspunkt, der aus eigenem Antrieb die Welt erschaffen habe. Im Christentum wie auch im Islam gibt es auch die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abgeschlossen sei, sondern sich permanent fortsetze. Die Naturwissenschaften setzen der Vorstellung einer Schöpfung des Kosmos die Theorie einer Entstehung aufgrund physikalischer Prinzipien entgegen. Der Begriff Schöpfung verweist deshalb auch auf einen religiösen Hintergrund. Unsere Modelle zeigen die biblische Urgeschichte aus der Sicht des 16. und 17. Jahrhunderts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017